Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Blarage. Ja, ich weiß nicht weiter. Wir, ich muss ehrlich sagen, zwischen Folge 8 und dieser Folge liegen ein paar Tage. Okay. Dann gucken wir uns das doch mal an. Mhm. Okay. Ähm. Wir müssen erst einmal das da nehmen. Marius. So, irgend... Hier liegt doch schon wieder was drauf. Mhm. Wie gesagt, ihr wisst Bescheid. Pause drücken. Lesen. Da liegt noch was. Okay. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wo der Stein ist, der umgeschmissen wurde. Der muss eigentlich hier irgendwo sein. Ähm... Ich... Ah, jetzt. Nichts hat sich verändert. Immer noch nicht. Hier sind diese Blumen. War das vielleicht hier oben irgendwo? Tatsache, hier steht da der Stein. Oh, was haben wir denn da? Das ist, äh, 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 äh. Wo haben wir das schon mal gesehen? Böhm. Ich weiß es nicht mehr. Läu, sah das hier oben schon immer so aus? Läu, hier oben sah es doch noch nie so aus. Okay, ja, ich komm schon, mein guter. Äh... Äh... Es wird immer unheimlicher. Ich nehme mir jetzt auf jeden Fall schon mal die Taschenlampe. Falls hier dieses Waldmonster auftaucht, dieser Waldschrat... Was? Was? Elisha, fight! Komm in! What? Who is this? Oh Gott! Äh... Was ist los, Junge? Noch ein Doctag. Was steht da? Äh... Ashley, äh... Noch irgendwas? Okay... Jetzt... Kriege ich Angst. Hä? Hä? Ja, gleich schon... Hä, hier war doch gerade noch so eine Oh, lass mich hier raus So eine komische Säule Die ist weg Hey, jetzt ist er Alter, willst du mich verarschen? Okay, irakisch Das ist irakisch Was? Oh Gott, ey, hier kriegst du ja nur Panik Da hinten ist Licht Das Schild ist jetzt auch weg Oh Gott, ich will da nicht hinter Hier sind überall so merkwürdige Ruinen Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist los? Ach das hier Alter Alter Was zur Hölle? Oh Gott, ich will da nicht hinterher 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 Da ist der Mann! Alter Mann! Stay close to me Da rüber! Ja, rüber! Ja, warte, Hund! Die warten halt regelrecht auf mich. Hör doch mal auf! Nein Da hinten, da leuchtet was Alter Hilfe Hund Dort hin oder dort hin Da hin Was ist hier los Mann lass mich doch mal in Ruhe Du Arschgeigen Und? Da Ah 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 Und wo Ah 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 b Ah Alter Hilfe Wir müssen da rüber Warum spiele ich das Spiel noch mal? Nein! Hört auf! Oh mein Gott! Ich hoffe es hat euch bis hierher gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, dann lasst Kommentare da. Und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video, bis dann bleibt entspannt, genießt den Tag und Bye Bye!